Hallo Leute, was geht da, was man wieder am Start tut. Heute mal mit einem kleinen Unboxing von dem lieben, geschätzten Raphael aka Asp. Ja, hier ist das Paket. Und ja, das ist halt, das schicke ich ihm noch heute los. Mein Bellenode White Shade. Sein 30mm. Also, was mein Raster-Grafik hatte. Ja, und dazu halt jede Menge, also süß Digger, die ich noch hab halt. Und wir mal gucken, noch ein extra vielleicht oder so. Ja. Schauen wir das mal aus. Ho, Alter. So viele Sticker, das wäre ja eigentlich nicht nur gewesen, aber, naja. Richtig viele Sticker auf jeden Fall schonmal. Von ihm. Das ist echt nett, danke. Einmal ein White Blood Mission Sticker, ein Bellenode Sticker, ein Black River Sticker, Bonsai Concrete Sticker, noch ein Bellenode, Mini Balli, Mini Balli, Mini Balli, Mini Black River, Mini Black River, Mini Black River, Mini Black River. Ja. Zum Reise mal aufschneiden. So, ich kann euch schon mal sagen, dass wir getradet haben, ja, ich schicke ihm halt das Burnout, und er hat mir einen 10er geschickt, und einmal hier, wir haben hier 10 Euro, einmal Flatface Team Bushings, die finde ich total geil, und einmal eine Black River Baseplate für meine Trucks, weil mir eine kaputt gegangen ist, und halt Ballschrauben, schonmal danke dafür, ja, das war das, erstmal so, also, beim Unboxing, ja, können wir uns hier sehen, ich hol's mal auf, so, das sind die Flatface Team Bushings, ja, 10 Euro, und die Ballschrauben, 8 Stück, danke dafür, sehr nett, weil die normalen Black River Schrauben passen nicht an meinen Funky, ist halt nicht bei jedem Funky so, aber bei meinem halt, ja, die Black River Baseplate, da sehe ich die Kingpin, so, jetzt ist die Kingpin wieder drin, so sieht das aus, danke dafür, ja, das war's von dem Unboxing, haut rein!